Okay, let's try something different. Einmal habe ich schön im Lightning gefarmt und da hat mich einfach jemand angeschrieben, ey, ich mag deine Videos. Ich denke so, nice, die Stars, God Invite ist raus, war mega cool, habe ich mega gefeiert und ein anderer Zuschauer aus dem Livestream, der im Livestream Black Panther heißt und in Game Cookie, irgendwas, sorry, ich habe das jetzt vergessen. Und naja, ich habe gedacht, Leute, damit ihr auch wisst, wo wir die spielen, zeige euch mein Lieblingsloadout. Und mein Lieblingsloadout kommt jetzt. So, ich kann nicht schnipsen, deswegen habe ich diese komischen Geräusche gemacht. Und wie ihr gesehen habt, oder wie ihr gerade seht, spiele ich die Pulsar LSW, ja, einfach nur mit einem Griff und einem Rotpunkt. Leute, ich kann sagen, das ist die geilste Waffe, die ich, naja, nicht die ich je gespielt habe, aber die geilste Waffe, die ich momentan am besten finde. Ich mag sie einfach vom Spreadverhalten, vom Recoil her. Es ist ziemlich leicht, das Recoil zu patternen, also den Rückschlag zu kontrollieren. Und es ist eine Headshot-Maschine, meiner Meinung nach. Und das werdet ihr auch sehen. Ich habe speziell jetzt auf Headshots geachtet, weil ich, ja, praktisch Anweisungen von meinem Meister in Planet Sight bekommen habe, dass ich jetzt, also praktisch fast nur, also nur noch Infanterie spielen soll, um besser zu werden. Und dann nur auf Headshots gehen, nicht versuchen, auf den Körper zu sprayen, sondern immer nur auf Headshots. Und das habe ich mir jetzt gerade dazu jetzt genommen, weil er ist gerade offline gegangen. Und, ja, war ein ziemlich nicer Fight. Naja, ähm, so, also, Pulsar, LSW oder LUW, ja, also im englischen Light Support Weapon und im deutschen Leichte Unterstützungswaffe, ähm, ja, ist halt nice, ja. Ich mag die ganze Pulsar-Reihe übrigens, aber da kann man nochmal ein extra Video drüber machen. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, natürlich spiele ich denn mein Heavy mit dem Adrenalinshield. Ähm, bei den Shields ist es immer so eine Sache, da kommt nochmal ein extra Video zu, welches Shield man am besten wann benutzt und Kombination womit. Ähm, ja, also Adrenalinshield hat ja eine schöne Eigenschaft, aber dazu mal ein Video mehr. Ich empfehle es für Leute, die echt am Madfraggen sind, viele Kills machen, da eignet sich das Shield am besten. Spiele ich persönlich ziemlich gerne, denn spiele ich im Adrenalinshield die Nano-verflochten Rüstung, dass man 10% weniger Schaden von Kleinprojektieren bekommt. Ähm, ist halt auch einfach mega, mega nice, ähm, und macht einfach super Spaß, meiner Meinung nach. Also, man merkt den Unterschied nicht ganz so doll, aber ich finde, es macht einen kleinen und einen feinen Unterschied, sagen wir mal, wenn man, jeder kennt die Situation, dass man einfach mal mit wenig Leben überlebt. Und das habt ihr dann höchstwahrscheinlich der Nano-verflochtenen Rüstung, ähm, zu verdanken. Ähm, ja, so ist das halt, ja, kann man einfach mal so sagen. Und, ja, ich bin, so, ähm, 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 was wollte ich denn jetzt sagen? Und, ähm, ja, momentan spiele ich, ähm, das EMP-Shield, ja, als Implantat. Manchmal spiele ich gar keins, manchmal spiele ich EMP-Shield, kommt jemals, ja, kommt halt, ähm, ja, auf den, auf den Pfeil drauf an. Also, was haben wir jetzt? Wir haben die Waffe, wir haben das Shield, äh, das Implantat, wir haben, welches Shield ich benutze, welche Verteidigung, ähm, Was gibt es denn noch, ja, ich sehe das Bild nämlich gerade nicht. Ähm, Verteidigung, Granate spiele ich Anti-Vehicle-Grenade, weil ich auf Max-Kills gehe momentan. Und dafür sind die Grenades geil, habt ihr ja gesehen, habe ich ja vorhin gut einen mitgeholt. Ähm, ja, das spiele ich, äh, als Secondary Commissioner. Äh, das verwechselt bei mir momentan auch ziemlich gerne, aber die Commissioner ist eigentlich so mein Favorite, mein Favorite Baby. Ich habe auch keine großen anderen Waffen, weil ich benutze meine, äh, Secondaries, äh, sehr selten, wirklich nur im Notfall, ähm, weil ich bin ein Spieler, ich spiele mit sehr viel Höhen und, äh, würde mich niemals ohne geladene Waffe oder ohne genug ausreichende Ammonition, ähm, ohne ausreichende Munition irgendwo in den Fight stellen. Deswegen ist das halt so, aber was soll man machen? Und ja, eigentlich war es das doch jetzt schon mit der Klasse, ne? Also, dieses Loadout kann ich euch sehr empfehlen, das ist mein momentanes Lieblings-Notfall-Lotout. Natürlich spiele ich auch noch andere Klassen, aber sag mal, wenn ich sage, okay, jetzt sind Gegner, die mich jetzt ein bisschen abgefuckt haben, weil das haben die zwischendurch mal, weil diese eine mit der GD-7F hat mich einfach immer hergeholt, das hat mich aufgeregt, äh, ist das so mein Loadout, wo ich sage, okay, gut, Boss-Mode activated, die holen wir weg, und, ähm, ja. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Achso, gar nichts mehr, das war es eigentlich schon mit dem Video, ich hoffe, euch hat's gefallen, ähm, dass ich euch ein bisschen was davon erzählt hab, was ich gerade momentan so spiele, und wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, haut's rein, und tschüssi!